So, hallo und herzlich willkommen zu eurer neuen Folge LS22 auf der Elm Quicks. So, wir klappen aus. Also, wir müssen den Motor anmachen. Wir klappen aus. So. So. So, schalten wir schon mal ein. So, schenken wir ab und let's go. So. 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 wie. So. 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 Oof. 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 Verdammte Axteer. Oof. 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 So, muss man schwarz da hinten sein. Darf die Bäume nicht mehr kommen, oder? Nein, eigentlich nicht mehr. Die Bäume kommen da drüben wieder. Mal schauen, wie das klappt. So, und ab wieder. Ja. Zählen noch mehr. Quatsch. Wir werden noch ein Schluckchen trinken. Irgendwann habe ich heute Durst. Vielleicht hätte ich eine Entziehung gehabt. Kann aber eigentlich nicht sein. Irgendwann nicht, dass ich wusste. Aber das wäre wahrscheinlich der Grund für meine Kopfschmerzen nicht gewesen. Es ist vielleicht zu wenig getrunken, aber momentan sind sie weg. Ich weiß aber nicht, ob es an der Tablette liegt. Die ist das, wenn ich mal eingebrochen habe. Eine halt früh. Bevor ich auf Arbeit bin. Und eine dann, wo ich von Arbeit weg bin. Achteinhalb Stunden später. Nein Stunden. Und jetzt ist so. Elfeinhalb Stunden. Nee, zwölf. Zwölfeinhalb. Zwölfeinhalb. Genau, zwölfeinhalb Stunden später. Fast 13 Stunden. Geht es mittlerweile. Mal gucken, wie weit wir jetzt hier raus können, dass es passt mit einem Baum. Genau, das dachte ich mir nämlich, dass es nicht so passt, wie es passen soll. Das dachte ich mir nämlich, dass es nicht so passt, wie es passen soll. Ich muss schnell gucken, ob ich es mit der Presse irgendwie hinkriege. So. Soll ich es aber passen, kriegen die Computer der nächste Baum? Boah, dann ist ziemlich viel Gebäumsel. Hä? Ich bin da was mittendrin. Und das ist durch die Listen, die da was stehen. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Hm. Vielleicht eine Bahnversatz drin? Egal. Ist minimal. Wollen wir dann extra nochmal. Wollen wir da dann passen? Oder habe ich hier noch? Oder habe ich hier noch? Der Versatz ist 0. Okay, das passt also. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich etwas Los ist, dass sie nicht nimmt. mal schauen mal guck ich schmeiße schön in den bahnläden dann sehen wir weiter so gucken ob es das nicht an kohle gibt wo ich es abgeben muss ja die dinge habe ich doch keinen ballenträger am ende steht denn das da BGA war das glaube ich ne ich bringe die ballen zur BGA ok ich denke das mal gucken muss ich ab ich zeig es mir ist alle auf der karte woher war ich aber so lustig hier dann gibt es einen verkaufspunkt ne das ist das nicht BGA wo bist du BGA wo ist die BGA hin ah es hat schon einen rekorder im kopf wo ist denn jetzt hier die BGA wo ist denn jetzt hier die BGA wo ist das hier Biomasseenergie ist das das besuchen wir ganz kurz besuchen wir ganz kurz ne das ist das nicht das ist das nicht das ist die Silo West Pfeilerei bin ich blind wo ist denn die BGA ist hier die BGA ja da ist er gibt es auch wo bis in oder ich kann mal kurz besuchen gibt es auch wo bis in Punkt da ja egal machen wir weiter es wäre nichts gewesen jetzt muss ich wieder anders fahren ich weiß nicht wie du dann wieder anders fahren ich weiß nicht wie du dann wieder anders fahren Schleifchen drum herum drehen vielleicht kriegt man dafür noch bisschen was von dem Zeug rein geholt aber erstmal müssen wir es so machen Soteli Soteli bei wenigstens geht es wieder das Tank Pack ist hier an die relativ zügig gefixt nach dem Patch das wird das später war das ging schon wieder das ist es ging aber irgendwann hat er in der Collie oder irgendwas hat er verändert gehabt, dass es jetzt wieder Funkt zunuckelt. Irgendwas hat er da jedenfalls geändert gehabt, jedenfalls geht es wieder. Ich habe es probiert auf meinem Twitch-Spielstand auf der Beleron. Ich habe immer schon einen einzelnen anderen hier. Es gibt ja schon eine andere Map von der Beleron, die mir besser gefällt. Mal gucken, vielleicht mache ich noch mal einen neuen Start bei Twitch. Bin ich aber am überlegen. Oh, wie ist es so schön, kommt Zeit, kommt Rad. Ich nur regle, nur Beitragsfeld, blablabla. So, wir sind ja fast, oder? Oh, Stücke ist jetzt noch zu fahren. Bissl als haben wir noch zu tun. Ein paar Stückchen. Ein paar Stückchen. So, da leh. Ich halte es wieder nicht ganz hin, aber egal. Warum auch immer. So, das kam schon das Ende, jetzt sind wir schon wieder da, würde ich sagen, ich verabschiede mich für euch, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne die Däumchen da und ich bin raus, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.